Hier ist aber unfroh. Zu weh, oder? Ich bin wütend! Ach, ich bin jetzt wieder... Ich bin raus und bin wieder reingelaufen. Das war jetzt klar. Ich bin gleich ganz tot, wenn niemand mich retzt. Mann, Felix, wenn du das sagst, dann komme ich halt auch. Soll ich mich retzgeist das nächste Mal schon am Anfang aufstellen? Oh, Gott sei Dank. Jetzt habe ich da vorne sechs Felder getroffen. Was gut ist, ich habe meine Ilus noch beschworen, das heißt, ich habe trotzdem... Highest DPS ist die Hauptsache. Fängt da stehen bleiben noch. Alles gut. Und dann jetzt einfach den einen Pilz da weiterziehen. ... ... ... ... ... hier fällt bei uns da wird ich bin gleich da haben soll ich weiterziehen hier zum stern am besten genau da habe ich getroffen war ich hatte dich irgendwie im target aus versehen soll ich weiterziehen ich lasse es hinterher entstehen links erst von der torben ja ein bisschen da vielleicht kommt gleich was du beschrieben hast direkt bis ganz hier vorwärts ja ich glaube schon dieses mit den feldern wenn ich warten soll was ich hab mich Letzter zu C Okay, bleibt hier first in the back Easy clap, first try Der Raid hat übrigens jetzt angefangen Ja genau, das vorher war zum warm machen Nur kurz mal lesen, warte mal, was hast du geschrieben? Du hast es nicht gestreamt, das Gott, außer die netzen 2 Und Ben ist auch nicht so schlimm, guckt keiner zu Außer die aus dem Stream und die aus dem Raten, die waren dabei Macht euch keine Sorgen